Hallo, ich bin Niki Reiser und ich habe die Musik zu dem Film Die Weiße Masai komponiert. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Schöne war, dass ich für diese Produktion mit meinem Tonmeister durch ganz Kenia reisen konnte. Wir haben dann in den Dörfern, wo auch die Geschichte spielt, Gesänge und Instrumente aufgenommen. Zurück in Basel konnte ich das dann mit Orchester zusammenmischen. Untertitelung des ZDF, 2020